Okay, Schwein, wir nennen uns Katzi unsere Schweinskatze und unsere Wunde. So, da sind wir wieder in einer neuen Aufnahme, keine Minuten später. Nein, natürlich nicht. Haben wir noch nicht weiter gemacht, das wäre ja unnormal. Wir sind doch unnormal. Ja, nennen wir eine Sache, die bei uns normal ist. Nicht im Ernst. Ich wollte hier weiter kloppen. Ja, erzähl mal, was klopft du denn da gerade Schönes, außer Kinder? Warum läuft das nicht? Was läuft nicht? Irgendwie lag da. Nee, aber guck mal, ich kann die E-Tims nicht aufsammeln. Ach, ich sollte mir Inventar ein bisschen leerer machen. Ja. Oh, ich habe Redstone gefunden. Toll, freust dich jetzt. Können wir uns alle einen Kompass bauen, dann verehren wir uns wieder. Oh, ich habe Eisen und Gold gewonnen. Und du jetzt auch, na, da oben. Oh, jetzt habe ich es aufgesammelt. Ah. Schlau. Super. Das ist mein, das ist mein so, so, hier so, oh. Also, das ist... So, was? Ich bin geohnt. Also, wenn du nicht weiter weißt, dann stöhnen einfach mal. Das lenkt die Leute davon ab, dass du nicht weiter weißt. Ich weiß, du wirst grad nicht weiter, also nix anderes denken. So, ich baue mein Haus jetzt. Das Ding, dann baust du dein Haus. Ich sammle gerade Material für mein Haus. Ich auch. Ich... Ich... Tolle Ausrede. Hä? Ganz dumm eben. Von der Musik. Wo kommt die Fackel her? Ich bin hier gerade in eine Höhle reingegangen, in der will noch nie waren. Und jetzt steht hier plötzlich eine Fackel. Wahrscheinlich bin ich da drin. Ich habe eine Monsterhöhle gefunden. Monster. Ich habe voll die Monster. Ja, du bist bei mir, du bist bei mir. Ah, so sieht man sich wieder. Nur ich sehe keinen Namen. Ja, der Name ist doch auch was Schönes. So, Schweinchen, ne? Du bist hier mit einer Wand zugeballert, das heißt, du siehst da nichts mehr. Oh, das ist aber ein schönes Schweineleben. Das wird total unglücklich sein, wenn es dann beendet ist. Und ich wollte noch Fensterbänke bauen, ne? Fensterbänke? Was ich mir gerade so ausgedacht habe. Ja. Aus Trapdoors? Nein, das macht doch jeder. Deswegen mal. Na dann? Das wirst du dann sehen. Hurra, da freut mich. Aus Luft. Ja, genau, Julien hat er raten. Luftfensterbänke. Oh mein Gott, was habe ich denn hier schon wieder gefunden? Was denn? Ja, komm mal, Jan, helf mir mal auszuleuchten. Ist das ein Tangen? Eins, zwei, drei, vier, 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 sieben, acht, ne? Ne, ne. Was zählst du eigentlich gerade immer? Ich ziehe mein Haus ab. Ich sehe sie dich nicht, weder deinen Namen noch dich selbst. Ich habe gerade gesnägt. Hier, ne, hier ist du Snacks. Eins, Fliege, schleichen. Mach ein Snack, mit Snickers. Und weiter geht's. Man, man, man kann uns nicht unterstellen, dass wir irgendwie Werbung machen sollen. Ne, 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 nix, 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 werbung gibt. So, das reise ich mache. Werbung für Minecraft. Werbung für Minecraft, äh, Minecraft, das bescheuertes Game mit den bescheuerten Updails. Ich würde nie ein Let's Play davon machen. Niemals. Ich würde ja auch nirgendwo mitmachen. So, da geht's ein Schwein. Da geht's ein Schweinchen. Das war mal Schweinchen, Schweinchen. Okay, Schwein. Wir nennen uns Kratzi unsere Schweins- und unsere Schweins- und unsere Schweins- und unsere Schweins- und unsere Wunde. Und unsere Wunde nennen wir Walter Wurf. Nein. Bruder, ich finde dich nicht. Die Höhne scheint schon zu Ende zu sein. Ne, ich bin immer noch im Eingang. Alter. Ich grabe einfach mal Kohle. Ich geh jetzt noch mal wieder. Bist du hier unten? So, ja, jetzt sehe ich dich. Hallo, ich bin hinter dir. Ich komme von hinten. Du bist vor mir, mach doch nichts. Ja, gerade eh, Pastor, hättest du dich noch umgedreht. Ja, hier, äh, guck mal hier. Ach, das ist gut. Ich hab noch hier zwei Eingänge von Bekommeln. Wolle, 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 ich muss mir auch schon sagen, in welche Richtung du gehst. Er geht nach links. Rechts, 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 links. Ich stehe jetzt hier vor den beiden Eingängen. Welchen beiden? Ich bin hier, ich bin hier, hallo. Hier geht's nochmal runter. Ach, kacke. Ach, wadam. Weiß wie lange ich hier schon drin bin. Ne, fünf Minuten. Ja, ganz schön, ne? Äh, ja, das ist so. Pole. Hier ist nichts mehr. Hier nix sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gold, Gold, wir werden reich, Julia und unsere Geldsorgen sind dahin. Nicht wie Lochgold. Oh mein Gott. Oh mein Gott, auszubauen. Hä? Egal. Was ich komisch finde, ich hab hier bis jetzt nur dreistelte gesehen in der ganzen Höhle hier. Ja, du schreist es schon wieder so, dass du was haben willst, ne? Ja. Verdammt, ich bin runtergeflügt. Und da ist ein Zombie. Ich dachte, Krieger. Mach ich nochmal Gold. Das ist falsch, weil wir hier machen. Ja. Du bist falsch. Ja. Du willst alles falsch machen. Ähm, das musst du im Dunkeln. Das muss ich, hab ein Ende gefunden. Hey, soll ich den Zombie in die Lava schubsen? Mach, was du willst, du sagst. Brenne. Das gefällt dem. Oh, was brenne. Ja. Ja. Ich hab Diamant gefunden. Nein. Doch. Doch. Ich hab hier gefunden gefunden. Also ich bin hier hinten in der Höhle, ich hab nicht einen Diamant gefunden, du bist einfach mal rein. Ich muss nur ein Ofenbau mit Eisenbahn. Ich bin ein Böses Kind. Böser Kind. Böser Kind. Wir sollten es nicht so ausländen, lustig. Das machst du. Aber du. Das ist doch nur respektvolles Miteinander. Oh. Nein. 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 Hallo. Elo. Ja. Scheiße. Verdammt. Ja, hi. Schmeiß ihn raus. Ah, geil. Das ist das. Ich hab nicht so. Ich hab gehofft, dass heute Abend kein Image-Mind weiß. Sonst kommt keiner hier auf den Server. Und jetzt? Das ist eben, was du gesagt hast, ne? Ja, siehste, wenn man es beschreibt, dann kommt es auch auf. So ist es möglich. Ich kann ihn doch jetzt nicht kicken. Kannst du nur sagen, oder? Er wollte hier mitmachen. Nee, kann es ihm doch schreiben, wir machen gerade was. Okay. Sag du ihn das, dass du nicht mitbauen. Ich baume es auch gerade hier. Ja, aber dein Bildschirm sieht man nicht, wenn ich wieder schreibe das natürlich wieder sehen. Ich hab schon Dings gemacht, ne? Sechs, sechs Diamanten. Okay, ich schreib nur Stilo. Aber wenn ich das hier auch nie wieder will, mitmachen. Ja, was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Das denkst du dir jetzt auch. Deswegen wollte ich ja nicht schreiben. Äh, ich muss auch nicht. Gerade Reparaturen. Ja, es ist gerade wieder Reparaturarbeiten. Schreib, wir machen gerade hier irgendwas in die Einstellung. Wir können die Leute aber nicht ewig anlügen. Ja, dann schreiten wir nicht mehr auf. Ja, was denn jetzt? Ist mir fast egal. Aber sag ihm, wir können dich jetzt nicht, weil wir gerade schon mit einer Aufnahme sind. Wenn gerade... Wir kriegen einen Chat, ne? Chat. Ja, gut, er hat schon... Du brauchst gar nicht so lange zu schreiben, er weiß schon. Ja. Keine Ahnung, scheiße, ich hab einen Chat aufklacken. Du hast ganz, ganz viel geschrieben und dann... Ja. Oh mein Gott. Machen wir nach Workbench, ist voll verpackt. Okay, ich will doch nicht stören. Ja, ja, ja. Was leftest du jetzt? Er soll left nicht. Ja, wenn... Wenn ich die Workbench aufmache, krieg ich ein weißes Feld. Wie geil ist das? Verpackt. Geh nicht ins Licht. Zu spät. Alter, sechs Diamanten. Und das in der zweiten Aufnahme. Sechs Diamanten? Sechs Diamanten. Alter. Komm mir vor, als würde ich cheaten. Du bist aber auch. Ne, das könnte ich Luca ja sehen. Du warte. Schweini, nein, 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 nicht ins Haus. Guck mal, Schweini, guck mal. Ich fresse Schweinefleisch vor dir. Das würde ihm Respekt beibringen. Ich glaube, ich kriege einfach nur Angst vor mir. Ja, das ist doch Respekt. Angst ist Respekt. Ich hab dich gefunden. Oh. Ja, hier ist ziemlich viel Lava. So, wie baue ich das? Ah, da sind noch mehr Diamanten. Oh, heilige Scheiße. Meine, meine, meine. Meine. Aber da verweich gleich ein fertiges Haus. Nein, ich kann's nicht aufsammeln, verdammt. Ich hab acht Diamanten. Ich hab null. Ich will mehr. Mehr. Nein. Was ist der Diamant raus? Ich krieg die nächsten. Ich krieg die nächsten. Ja, deswegen sind da so viele Amerikaner hingelatscht. In den Westen. In die Goldmine, um Diamanten zu finden. Ich bin, ich fühl mich voll verarscht. Ja, in meiner Goldmine hab ich Diamanten gefunden. Das geht ja wohl gar nicht. Das ist eine Gold- und keine Diamantenmine. Ja, das ist voll unnütz. Die muss ich wegschmeißen. Ich hab ne private Welt, die ich so offline spiel, also Singleplayer. Nein. Ich versuch' ich so lange und find' ich keinen einzigen hier. Mann, Stan. Ich renne hier fünf Minuten in ne Höhle rum und find' gleich Diamanten. Und geh' auch noch in meine Höhle. Das ist doch nicht deine Höhle, ich war da vorher drinne. Ja, deswegen war ich heute schon ganz tief, ne? Und dann schlugen sie sich die Köpfe ein und starben. Das ist doch wieder schön. Nee, ich starb nicht, ich hab nicht. Ich hab Gott. Was? Ich mach' vor, bei so'n Boxkampf. Ich hab Gott. Ich mach' vor, bei so'n Boxkampf.